ich frage mich nur wie lange ich diesmal spielen werde boah ja das ist voll schlimm du musst die mission sofort machen ey die sind voll bad ass gibt irgendeine nebenquest ne einfach nur für flug rote schön wir sind gegangen und noch keine hier gerade jetzt habe ich nur mal deswegen die 10 rumgammeln und im wasser aber ich habe nämlich pech abgaben die in 5 und 2 und so überall rum ne wir sind hier tut das nicht so ein bisschen am kopf wie das muss doch definitiv wehtun ja ja kriegt euch ein ich mache euch ja schon kalt stürt euch und erlöse euch von euren qualen ständig so scheiße aus dem wasser springen zu müssen die machen ja schaden 5 monster übrig ach ich sollte 6 töten verstanden hey alle oh dann geht mal her hydrohaut ich brauche definitiv auch noch nachher noch ein hammer könnt ihr mir glauben und da haben wir ja schon ein so jetzt gucken wir noch mal im wasser nach Kannst du auch nicht zielen, oder? Hallo, hier bin ich. Wenn ich zielen will, muss sterben. Hydrohaus. Oh, schon ungefähr 35 Minuten in der Aufnahme und das Aufnahmeprogramm hat noch nicht einmal so abgekackt, wie beim letzten Mal, oder ist nicht so abgekackt. Aber ernsthaft, die Lunge von dem ist echt schlimm, echt imba. Das ist ganz links dieser Anzeige, dieser, dieses Therometa-artige Ding. Hey. Hey. Hallo. Hey, ich hab mich getroffen. Eigentlich müsste ich mal mein Geld sparen nach der Fühne. Vernünftige Rüstung. Generell erkennt man den Punkt, an dem man eine neue Rüstung braucht, sobald man spielt. Was auch gut ist, Monster haben Trend to Fire untereinander. Tja, damit hast du nicht gerechnet, will ich nach oben ausweichen. Auch ausgewichen. Ich kann eigentlich nicht blocken. Aber ich blocke nicht, weil ich noch... ...kann fertig. Weil ich es gewohnt bin, eine andere Waffe zu fühlen, die nicht blocken kann. Tja. Ich will überlegen, wie lange haben wir noch? 40 Sekunden. Na, bis dann kriege ich nicht irgendwie noch einen Macher-Lied-Erz. Ich weiß nicht, wo man noch welche selber bekommen kann. Logo schweizt da. Ne, ich hab hier... Ich spiele, spiele ich nicht zum ersten Mal. Komm. Hydro-Haut. Alter, wie oft habe ich jetzt schon Hydro-Haut bekommen? Fünf Mal. Nein. Und Ende. Ich wollte noch irgendetwas looten. Quest erfüllt. Paar. Hydro-Haut. Oh, noch ein paar und reiche Spenderhallen. Das ist ja gut. Und wieder 900. Z. Letzte Währung ever. Wenn du keine Ahnung hast, was du für eine Währung du nehmen sollst, nimm Z oder Gold. Das ist auch nett. Ich würde mal sagen, jetzt sind die... Fracht... Ach, die... Das ist... Ähm... Ja. Ähm... Wer ist das? Ich glaube nicht, dass es nämlich die Jagdflotte ist, oder? Nein, das ist der Händler. Oh, ja, voll geil, ey, voll der Händler ist angekommen. Ah, und ein kleines Kochviech. Yay. Ey, guck mal, ich bin voll der geile Händler. Ich habe voll der krass Langschwert auf meinem Rücken. Ach, scheiße, jetzt habe ich auch noch... Oh, Handel... Warenwellen. Er hat... Genau, Leuchtkette brauche ich. Oh... Komm, gib mir mal sechs Stück davon. Sieben... Nein. Äh... Fünf Stück reichen. Nochmal drei Mega-Spitzarten. Ja, das reicht. Okay, jetzt möchte ich ihm natürlich auch ein Angebot machen. Kraftpaddle. Ja, und man sieht schon, ich kann ihm nicht wirklich was entgegen gehen. Deal. Jetzt geht's nicht mehr. Handeln. 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 Station abfahren. Farmerreich. Umfahren. Reiseschlein. Ach so. Ja. Da kann man jetzt auch noch einen Schaden abbrechen. Nein. Kann man jetzt auch natürlich... Nachher kommen da noch ein paar mehr Ziele hinzu. Kann man sagen. Ähm... Das Land sollst du da hin. Sollst du ja nicht hin. Und dann kann man noch ihm Reisehilfe geben. Und so kann man halt... beeinflussen, wie lange am rumfahren ist. Natürlich viel länger jetzt. Gutscheine. Ach so, ja. Gutscheine. Ich weiß, wofür. Oh, alle labern da, wofür. Ja, Mann. Voll egal. 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 fürs erweitern wollte ich nur noch ein anticipate nur sagen. wiser kommen wir mal wieder in die zweite machen die alle immer was labern die leute ich weiß wo man entfernen der habe ich nicht ich weiß wo man monster fruit her bekommt und es ist nicht schön ja neue sachen verkauft die gerade irgendwie alles die kombi buch 3 ist auch schon da sie hat aber keine na das wird nicht spaß kann ich gleich wieder auf meinen pc monitor gucken ich gehe es ja schon dabei kann ich doch gleichzeitig noch ein paar ärzte mit holen insofern meine spaßhacke nicht sofort abbricht hoffe ich mal ach ja und für die leute die meinen vorher konsolen lp die qualität ist nicht das beste das stimmt schon aber der usb grabber plus kabel hat mir damals 15 euro gekostet und ich wenn ich mir allein für eine vernünftige box muss man also für so eine aufnahme box konsolen muss man normalerweise bestimmt so 120 euro hin blättern 120 euro normal oder 15 euro etwas pixeliger ich nehme die etwas pixelige variante weil die wii ist sowieso keine hd konsole da würde hd abzapfen gar keinen sinn ergehen und meine fresse habt ihr glück dass ihr was sehe ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe nichts man hier drachen da konnte ich musste mein zimmer abdunkeln mit ficht zu sehen hat die nahe die scheiße das ist ein moment leute ich gehe mein zimmer abdunkeln bis so keine lust das ganze rauszuschneiden deswegen könnt ihr jetzt auch schön das los javi konntet ihr jetzt auch schön wie ich meinen rolle runter gelassen habe aber dafür kann ich jetzt hier auch die scheiß juggies sehen auf den juggie gerade betäubt ach ja stimmt doch ich kann betäubt nicht ausnehmen denn wenn man juggies tötet kann man da monster flüge draus bekommen und glaubt mir monster flüge ist so beschissen selten auf jeden fall sehe ich jetzt ich wollte ich suche aber besser einen blauen stein na weil aus blauen stein die wahrscheinlichkeit dem macher lieb erzt sein höher ist aber da wollte gerade gar nichts rauskommt ich mache einfach mal so lieber einen seitlichen schlag und habe ich wenigstens immer die stachel irgendwie bekam man so meine monster für ihn irgendwie bekam man so meine monster für ihn Eisnerd Eisnerd Stein Eisnerd Juggie einmal wollen und weg ist er weg jetzt wo da bist du da bist du kommt direkt noch eh noch runtergeplumpst der jetzt mal weg ich habe keinen bock jetzt noch mal nach zu gucken wie man an monster für ihn kommt ich hoffe mal dass man es so bekam nichts gefunden heute sind natürlich auch nicht so wird denn das hier ist ein ganz normaler stein man sieht ihn nur nicht dann boim wettsteine ha mega spitze Hantenhalten echt lang Gott sei Dank hey das ist licht nicht Kleiner blauer Stein Eisnerd wettsteine stein ach übrigens falls einen die alten zu klaut werden die kann man dann hier wiederfinden weil die viele in den hier um damit ihren voll den arsch ins gesicht bekommen weil sonst hätte ich nur noch eine andere möglichkeit wie man an dingens kommen kann da ist noch mal an einen monstern hätte ich nur noch eine möglichkeit aber erst mal die ganzen blauen steine ausnehmen richtig spitze hier eigentlich gut sie nach drei millionen jahren gehen wir mal hier raus geht ja auch